Die Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minasethil. Es heißt jetzt Minas Morgul. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Deine Fähigkeit, Narsgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Dann müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Schmeißt du das? Ich habe etwas gesehen. Lieber töte ich sie einfach. Was war das? Die Neuen werden alles tun, um diesen Ring zu erlangen. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Wir sollten zusammenbleiben, Waldläufer. Da drüben hat sich was bewegt. Das Problem ist mit dem Stehen ist, dass sie alle Menschen sind. Kalt. Ich habe etwas gesehen. Spürst du das? Steh da! 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 Man! Halt. Halt. Geh! Geh! Habe ich das richtig verstanden? Takra tötet Mosu, also tötet Lorm Takra, also tötet Tork Bagger. Nein, 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 Tork tötet Mosu. Tork tötet Mosu. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Nach dem Festball habe ich schlecht geschlafen und zerflieg gegessen, haben nur geschmitzt und heimschreibe gehabt. Ich auch. Nächsten Morgen bin ich mit Pennington von Schatz. Waldläufer, bleib an meiner Seite. Ich kenne den Weg. Wo willst du hin? Wir sollten Garsamblei nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein, niemals. Wenn ich morgen sterbe, sterbe ich in dem Witten. Na, Räte, dann rüben! Oh, was du willst, Frau! Oh, 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 oh. Oh! 100 tote Hexer in einer Höhle. Keine Ahnung, was Sie getan haben. Gif? Schiefgelaufenes Ritual. Truges Kuldner. Mädels? Vielleicht noch einmal mehr? Es muss einen Weg geben, die Nazgul für immer zu bezwingen. Wenn es ihn gibt, kenne ich ihn nicht. Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Sie suchen nach Frischfleisch für die Nachtwache. Lieber Grabichlöcher, die Wachen über Nacht verschwinden, gerne mal spurlos. Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er dasselbe mit dir tun. Wir sind unbesiegbar, die Elben weiß das. Deine verreiterischen Orks können wir nichts anhaben. Wer hat uns eines Gefolgsmanns beraubt? Den Ring schmied aber in ein besonderes Schicksal. Was schmied er? Das ist eine Angebung der Unterrichtszeit. Verwenden Sie einen Bezug, von der Zwischenberg? Fangen wir mit euch an. Sie können die Unterrichtszeitung. Sie können die Unterrichtszeitung nicht unterschätigen. Sie können die Unterrichtszeitung nicht verschwinden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Geh! An meine Seite, Talion! Das Licht Galadriels beschützt uns! Das Licht Galadriels vertreibt die Dunkelheit. Ich zerquetsche deine Streitkräfte, die Ameisen in mein Haus aus! Dieser Ring gehört, du kannst ihn neu nicht beschwingen. Schließ dich ihnen an! R katholische Geräte R katholische Geräte Der Ring Der Ring An die Böse Ich werde die Böse eine Böse R katholische Geräte Der R katholische Geräte Behindwellen um Verstärkt Für die Siege Untertitelung des ZDF, 2020 Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König! Was hat man euch angetan? Was hat man euch angetan? Dieser ist rein. Rein wovon, frage ich mich. So lange dieser Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Doch es gibt andere Orte in Mordor, die wir erobern können. Wir müssen nur unsere Armee verstärken. Wir müssen uns nicht wiederholen, die wir erobern können. Der Nazgûl ist nah. Ich spüre es. Wir werden ihn besiegen wie Zuladan. Sieh dir diesen Ort an. Die Welle des Schlundbüters. Ja. Ich spüre es in meine Zahre. Ich spüre es in Mordor. 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 Gewerde! Ich spüre es nicht. Ich spüre es nicht. Feier! Helm Hammerhand. Von allen Nazgûl war sein Fall der tragischste. Sein Zorn ist grenzenlos. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis, Waldläufer von Gondor. Diese Festung ist nur eine kleine Insel, umgeben vom Meer der Dunkelheit. und die Flut wird dich verschlingen. Wir richten die Bestien her! Der Kreischer gehört dir! Ihr verteidigt diese Festung für den Helmherrscher! Ihr werdet sich fangten! 1. 2ße 2 6 1 3 ein 2 2 2 2 2 1 1 2 2 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Geh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Zeit fürs Futter! Zeit für Sieg, der Sieg, der Sieg! Du bist tapfer Waldläufer. Dein Wille ist so stark wie die Mauer deiner Festung. Der Hexenkönig wird dich in seine Armee aufnehmen. Er wird jemanden rauchen, der dich ersetzt. Er wird dich immer wieder niederschlagen, bis du gewünscht. Seine Wunden werden ihn lehnen. Was ist mit deinen? Ich weiß nicht, was das alles soll. Frisch gezüchtet und gleich reines Gemüse. Wir müssen diesen Nazgul finden. Eltariel hat ihn vielleicht schon gefunden. Gut. Unsere Armee war fleißig. Sie sollen nicht untätig sein. Dann suchen sie nur nach Unterhaltung. Ich muss ihn nicht tun. Er hat mich schon gesagt, dass er den Null anverbrochen kann. Und seine Vorkratzung überlässt. Ich habe den Autor in den auch. Oh, sterben! Gute Neuigkeiten. Es heißt, es sei eine neue Karawane voller Essen auf dem Weg zur Festung. Ja, wird auch Zeit. Unsere Vorräte sind fast leer. Ich habe mich schon zorn. Doch wir müssten jemandem die Beine am Nacken überlegen. Wie sollen wir die Feste... ...wollt. 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020